So, direkt aufs Haus. Dankeschön. Bitteschön. Hi, Manu. Hi, Bernd. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und nicht viel los heute, wa? Hm? Das kann doch werden. Aber eine hochinteressante neue Show. Ganz für Hübsche, ne? Ja. Hm. Und neugierig auf alles. Ja? Aha. Das schwebt ja heute Abend so vor. Ich hätte so richtig Bock auf einen Flotte-Fehre, ne? Wir zwei. Die zwei da hinten, ne? Ja, ich bin heute das erste Mal hier. Ich glaube, so ne kleine Zwei-Aktion wird mir erst mal reichen. 2F mitkommen. 2F braucht Verstärkung. 3F braucht Verstärkung. 3F braucht Verstärkung. Eine Frau liegt erschossen in einem Industriegebiet. Also das ist ne ziemlich üble Geschichte. Der erste der Frau wurde von hinten in den Kopf geschossen. Und zwar aus nächster Nähe. Sie war in einer Hinrichtung, oder? Ja. Habt ihr die Tatwaffe schon? Ne. Das waren ne 9mm. Ich hab die Hülse direkt neben der Leiche gefunden. Das ist klar. Ja. Das ist doch schon mal was. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass die Frau hier an Ort und Stelle erschossen wurde. Also war die Tatzeit gestern zwischen 21 und 23 Uhr. Ja. Aber sag mal, was macht so ne junge Frau in diesem entlegenen Industriegebiet? Noch dazu nachts in so einem aufreizenden Outfit? Weiß nicht. Vielleicht ne Prostituierte? Ja, aber ist doch kein Straßenstrich hier, oder? Eigentlich nicht. Es ist überhaupt kein Wunder, dass die Leiche so früh gefunden wurde. Ja. So ne Scheiße, ey. Da war ich auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen. Und was finde ich? Ne Leiche. Kommen Sie denn öfter hierher? Nö, das war das erste Mal. Ich hab keinen Bock mich andauernd in der Stadt verjagen zu lassen. Mann, Mann, Mann. Haben Sie vielleicht einen Schnaps für mich? Seh ich so aus? Haben Sie die Leiche vielleicht angefasst? Oder irgendetwas am Tatort verändert? Oder vielleicht sogar was eingestrickt? Ja, geht's noch? Wie kommen Sie denn da rauf? Naja, die Frau hat keine Handtasche bei sich. Und soweit ich weiß, verlässt eine Frau niemals ihr Zuhause, ohne eine Handtasche mitzunehmen. Und jetzt glauben Sie, dass ich die Handtasche geklaut hab, nur weil ich einen Penner bin? Gerade weil Sie nichts mehr haben. Könnte es doch sein, dass Sie irgendetwas eingesteckt haben. Irgendetwas Wertvolles. Ja, und wenn schon. Die Frau braucht die Handtasche sowieso nicht mehr, oder? Herr Schwarz. Geht doch. Ich hab die Sandra eigentlich gar nicht so gut bekannt, weil wir haben ja erst zwei Wochen hier zusammen gewohnt. Mhm. Wie kam das denn überhaupt, dass Sie hier gemeinsam gelebt haben? Weil wir für den gleichen Versicherungskonzern gearbeitet haben. Und er hat hier in der Stadt eine neue Filiale aufgemacht und stellt uns eben so lange Wohnraum zur Verfügung, bis wir was eigenes haben. Sie kannten Ihre Mitbewohnerin wahrscheinlich noch nicht so gut, aber was für einen Eindruck hatten Sie denn von ihr? Ja, sie war super nett und sehr aufgeschlossen. Wissen Sie denn, was sie gestern Abend gemacht hat? Hatte sie vielleicht ein Date? Keine Ahnung. Ja, sie ist abends schon öfter mal weggegangen, aber soweit ich weiß, was sie an keiner Beziehung interessiert, sondern sie wollte eigentlich erst mal Karriere in der Firma machen. Wann haben Sie sie denn das letzte Mal gesehen? So kurz vor 17 Uhr in der Firma. Und ich bin dann direkt ins Kino gegangen und als ich zurückgekommen bin, da war sie nicht da. Ja, ich bin dann sofort ins Bett gegangen. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin und sie nicht da war, da dachte ich, sie ist vielleicht schon ins Büro gefahren. Wir würden uns jetzt ganz gerne das Zimmer Ihrer Mitbewohnerin ansehen. Ja. Keine neuen Nachrichten. Sonst finde ich auch nichts Außergewöhnliches auf Ihrem Rechner. Oh, Alex? Ja? Ich wusste gar nicht, dass sie auf sowas steht. Tja. Anscheinend schon. Puh, das ist ein dickes Ding. An der Leiche waren Spermaspuren von drei verschiedenen Männern. Mhm. Leider keiner von denen DNA-mäßig bei uns erfasst. Und? Hinweise auf eine Vergewaltigung? Nee. Ganz im Gegenteil. Sieht so aus, als wenn die Frau mit allen dreien einvernehmlichen Sex hatte. Puh, das gibt's doch nicht. Bei ihr zu Hause finden wir Handschellen und ein Dildo. Dann hatte sie mehrere Sexualpartner. Der hatte wohl doch nicht nur ihre Karriere im Kopf. Ah, das ballistische Gutachten, Kollege. Ja. Also hört mal. Die Tatwaffe war definitiv für eine Heckler und Koch 9 Millimeter. Ja, super. Da gibt's tausende von. Wahrscheinlich war einer ihrer letzten drei Sexualpartner der Täter. Gibt's keine Hilfe? Ja. Was? Ja, okay, wir kommen. Ja, wir sind auf dem Weg. Tschüss. Das war die Leitstelle. Das gibt's nicht. Im Industriegebiet wurde jetzt noch eine Frauenleiche gefunden. Wer hat die Frau gefunden? Die Schwulensicherung, als sie das Gelände abgesucht hat. Mhm. Danke. Herr Doktor, da sind wir schon wieder. Hey. Ja, hallo. Alex, das sieht genauso aus wie heute früher. Ja. Tja, es handelt sich auch wieder um einen 9 Millimeter Kaliber. Das gibt's doch nicht. Dir wurde auch von hinten aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Wann ungefähr? Mitternacht rum, plus, minus eine Stunde. Dann können wir davon ausgehen, dass das ein und derselbe Täter war. Dann hat er gestern Abend zweimal zugeschlagen. Wissen wir denn schon, wer sie ist? Ja, den Perse haben wir am Mandel gefunden. Okay. Sibylle Milter, 31 Jahre, kommt ja aus der Stadt. Mhm. Danke. Gerrit. Hier. Anscheinend ist sie verheiratet. Die Dinger habe ich gerade in den Müllbordel gefunden. Wir sind direkt neben der Toten gelegen haben. Das gibt's doch nicht. Das sind genau die gleichen Handfessel wie bei der ersten Toten im Zimmer. Danke. Das kann kein Zufall sein. Wir müssen als erstes herausfinden, woher die beiden Toten diese Handfessel haben. Ja. Darf ich die noch mal sehen kurz? Sag mal her, da ist doch so ein Etikett. Das erkennt man jetzt nicht mehr. Gibst du das bitte unseren Fachleuten, die sollen mal versuchen, diese Aufschrift zu rekonstruieren. Alles klar. Tja, wenn wir mal mit Ihrem Ehemann sprechen müssen. An irgendeinem Arsch meine Frau erschossen. Und Sie und Ihre Kollegin haben nichts besseres zu tun, wie mich hierher zu schleifen, statt mich die Sache verdauen zu lassen? Herr Milter, wir warten jetzt erstmal das ballistische Gutachten ab, ja? Sie glauben doch wohl nicht wirklich, dass ich Sibylle umgebracht habe. Ihre Frau wurde mit einer Heckler und Koch 9mm erschossen. Tja, genau so ein Ding haben unsere Kollegen bei Ihnen im Waffenschrank gefunden. Ja und, ich brauche die Knarre nun mal für mein Hobby. Ich bin Sportschütze. Aber wieso sollte ich dann damit meine Frau umgebracht haben? Aus Eifersucht vielleicht? Die Obduktion hat ergeben, dass Ihre Frau kurz vor ihrem Tod Sex mit zwei Männern hatte. Und laut DNA-Abgleich waren Sie nicht mit von der Partie. Das hätte ich Ihnen auch ohne Test sagen können. Immerhin hat mich Sibylle schon fast ein Jahr nicht mehr herangelassen. Tja, andere Männer aber offenbar schon. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie das nicht gerade erfreut hat. Mann, ich habe bis eben noch nicht mal gewusst, dass mich meine Frau überhaupt betrogen hat. Wahrscheinlich hätte ich das jetzt auch in Ihrer Situation gesagt. Da gibt es so einige Sachen, die gegen Sie sprechen. Ihre Ehe war kaputt, dann die Geschichte mit der Waffe und ein Alibi. Das haben Sie auch nicht. Herr Milter, wollen Sie nicht endlich reden? Wo waren Sie letzte Nacht, so gegen 0 Uhr? Ja gut, okay, also... Ich war ein Puff. Jetzt auf einmal. Wieso haben Sie das nicht vorher gesagt? Ich dachte, ich wirkte ein Verdächtiger, von wegen unmoralisch und so. Unmoralisch? In welchem Puff waren Sie denn? In Blue Hour. Bei Chantal, da gehe ich immer hin. Können Sie ruhig fragen. Das werde ich auch gleich machen. Na gut, dann kann ich auch gehen. Sie bleiben. Moment, so weit sind wir noch nicht. Da gibt es noch eine andere Sache. Kennen Sie eine Sandra Becker? Ne, kenne ich nicht. Nie gehört. Wer ist denn das? Die Frau ist ebenfalls gestern Nacht erschossen worden. Auch im Industriegebiet. Wahrscheinlich sogar vom gleichen Täter. Weiß ich nichts von. Wobei, ich meine, dass ich meine eigene Frau erschieße, ist ja schon mal Quatsch. Aber wie soll irgendeine Fremde erschießen? Gerrit, warte mal. Seid ihr schon fertig mit der Vernehmung? Ne, ich fahre sie erst mal ins Blue Hour. Das Alibi des Ehemals checken. Das kannst du vergessen. Was? Ja, das kannst du dir sparen. Er war es nicht. Er hat seine Frau nicht umgebracht. Auf jeden Fall nicht mit seiner Pistole. Dafür wissen wir jetzt aber, dass beide Frauen mit derselben Waffe umgebracht wurden. Dann wird es auch ein und derselbe Täter gewesen sein. Das ist anzunehmen. Ne, und dann haben wir noch einen ersten Hinweis. Was? Die Handstand. Richtig. Und zwar waren das wohl Werbegeschenke aus dem Tango-Club. Tango-Club? Diskothek? Nein, ein Swingerclub. Oh. Ganz in der Nähe vom Industriegebiet. Die beiden Frauen waren gestern dort wohl zu Gast. Das würde auch erklären, wieso wir so viele Spermaspuren an den Leichen gefunden haben. Ja, dann fahre ich dahin. Okay. Bis später. Viel Spaß.